Hallöchen und ein schnurzliches Willkomme zurück zu Diablo 4 mit wir. Hi. Wir haben jetzt gerade mal unseren Heiltrank aufgewertet, das konnte man da ganz gut machen. Wir haben jetzt den Juwelier freigeschaltet, was ja ziemlich nice ist, ne? Und jetzt ist hier noch eine Quash, die nehmen wir nochmal an. Dann geben wir die versiegelte Tür endlich um. Ach nee, wir müssen ja erstmal noch die andere Quash. Ja, wir müssen ja erstmal noch die andere Quash. Ja, wir müssen ja erstmal noch die andere Quash. Ja, wir müssen ja erstmal noch die andere Quash zurück. Ach nö. Hier mal mit ihren Kellern. Ja, die... Oh, das ist die Requia sogar. Ja. Eisiger Kelle. Dann mal los. Machen wir dat schnell. Machen wir dat schnell. Machen wir dat schon mal hier sind. Portal bleibt ja da, ne? Das ist jetzt auch so ein Dungeon. Das Portal bleibt da, ne? Ich denk's mal, ja. Hier, da ist das kälter als da draußen. Ein deutliches Zeichen dämonischer Präsenz. Hallo. Hallo. Ich glaub, das ist einfach noch Bossfight. Jo. Man muss die nochmal anlabern, die bleiben nämlich da stehen. Was verlangt ihr von mir? Sterben. Oh, da steht ein Kelch. Ich glaub, ich muss sie auch noch mal anlabern. Ja, hättest du sie auch angelabert, hättest du es ja geschnallt. Nee, jetzt kommt sie. Das konntest du nicht anlabern. Also es hat wohl gepasst. Na gut. Verbissen sein, wenn sie die Schriften befolgen. Hier wird das nicht passieren. Ach, dem Licht sei Dank. Nochmal anlabern. Tiefer Atemzug. Vater Inarius, reinigt mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es vergieße. Lasst das Licht, die Dunkelheit... Könnten Sam und Dean besser. Ja. Doch, nicht nur ein Boss. Ja, aber kein richtiger Dunge, sondern einfach nur ein Rauch. Ich hab gerade Vibes zu Mortal Kombat. Ich befehle euch, aus diesem Körper zu entfliehen. Achtung. Ach, der kalt ist hier. Ach, jetzt bleib doch mal stehen, Kim. Geht schon wieder zu mir die ganze Zeit. Verpitz dich. Bei dem Kopf. Martha, mein Junge? Ach, Martha. Ich hab Martha verstanden. Hä? Da sind Martha. Also manche Synchronsprecher sind echt schlecht, ne? Ich bin sicher, dass ich euch bei der nächsten Messe sehe. Oder, Petra? In der ersten Reihe? Natürlich, Schwester. Selbstverständlich. Nehmen wir ihn einen Moment. Das war's jetzt? Sprech draußen mit mir. Nee, wir sollen sie nochmal anlabern. Ja, draußen halt, ne? Diesmal bringt es übrigens nichts, was zu trinken, wenn ich husten muss. Naja, es ist halt husten. Da hilft Salbei-Salbei-Bonbons. Oh, hab ich aber leider keine. Aber ich liebe Salbei-Bonbons. Ja, ich nicht, aber sie helfen halt. Ihr habt euch gut geschlagen. Ihr seid besser für solche Arbeit geeignet, als ihr denkt. Im Kyovashat gibt es noch viele Menschen, die mich brauchen. Falls ihr Zeit habt, würde ich eure Unterstützung begrüßen. Wenn wir jedes Mal gut EP kriegen, gerne. Hopp. Yay. Quechstapel geschließet. Ich glaube, ich muss das Inventar auf B legen. Warum? Weil ich die ganze Zeit B drücke, wenn ich das Inventar öffnen will. Warum? Ja, weil das B bei W.O.W. ist. Was? Das ist für mich I. Inventar ist immer I. Das ist die Standardeinstellung. Oh, shit. Oh, ist es nicht mehr da? Nein. Oh, shit. Scheiße, müssen wir wieder hinlaufen. Naja, wir haben es ja freigelatscht. Hätten wir doch erst nach der Reihe machen sollen. Ja, das ist halt auch blöd, ne? Du rennst doch nie zu früh. Oh je. Oh, Mensch. Ich konnte noch eine Belohnung abholen. Agoniz ist fix. Das tut mir leid. Oh. Viech. Asylum Gelände. Da müssen wir jetzt ja noch zum Boss latschen. Jupp. Oh nein. Ist wieder alles voll. Oh nein. Egal, wir laufen jetzt zum Boss. Oh nein. Sind auch wieder Viecher da? Oh ja, sind auch wieder Viecher da. Gibt wenigstens wieder IP. Vielleicht gibt es auch wieder ein Boss und neue Beute. Wir machen jetzt aber erstmal den Boss, weil ich habe keine Lust, dann wieder nicht, weil Invertar voll und... Naja, wir dürfen dann halt bloß nichts anderes anfangen. Im Moment würde ich gerne ein Pünktchen vergeben. Ein paar Hümbchen. Was haben wir denn? Umarmung. Na, Gegner allein gibt euch mehr Schaden. Gefügt entfernen Gegner mehr Schaden zu. Oder was gibt es denn hier? Wenn ihr Gegner in Dunkelheitsschaden zufügt. Ach, da ist auch Blut. Bei wenigen erhaltet ihr 10% mehr Heilung, während ihr gesund seid für unseren Blutschaden. Blutkugeln heilen die Diener. Oh, das ist cool. Blutfertigkeiten. Oh, ich muss das andere... Ich muss leider... Ich muss leider hier unten aufrüsten. Meine Blutfertigkeiten aufrüsten. Reng doch nicht so weit weg. Hier war ein Kischt. Ein Kischt? Oh, ein Charvert, mit dem ich eh nichts anfangen kann, weil es zweihändig ist. Waffenstände und droppt Handschuhe. Alles klar. Vater hat gelogen. Vater hatte nie den Mut, sich mir zu stellen. Vater hat gelogen. Vater hat gelogen. Vater hat gelogen. Wieso nehme ich? Misch nix. Der hat gelogen. Der hat gelogen. Ich geh nicht mehr nach dem Ohren. Ich bin alt für die Gehschness. Ich hab auch noch nix gescheites Gessen heute. Nicht gut. Ach so, meine Viecher sind über die Stachel gelaufen. Das war das verbundbar, was ich gesehen habe. Ich hab gerade rüdiger Essenz, ich hab gerade rüdiger Essenz. Mir fehlt rüdiger Essenz. Meine Essenz heißt jetzt rüdiger, kann ich sie bitte nennen? Ich hab gerade rüdiger es wieder zurückgezogen. Oh mein Gott! For the new cure for the new Corridor The new Corridor we know The new Corridor den wir schon mal gesehen haben Yep Geh steh Geh steh Au Oh Ich habe kaum noch Essens Für die Horde Für die Horde Für die Horde Ich habe die Horde Ich habe die Horde Ich habe die Horde Ich habe die Horde Oh, hier steht Hier steht Ich habe die Horde 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 Oh, hier stehen Die Horde Oh, hier stehen Diese großen Gargäuelchen Oh, Alter kommt da viel gelbes zeug raus habe gedacht heftig aber der ist hässlich ob es das schick zwei hände hässlicher helden aber besser ja ein punkt wir haben die gesundheit verursacht eure blutfertigkeit mehr schaden ja nehmt erst mal das ja nehmt mehr schmaltese ja 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 Ich habe kaum Energie, Entschuldigung, hier ist Kiste. Ja. Ja. Lalalalala. Nothing in here. Nicht wirklich. Oh, da ist ein Schwein da oben. Ah, ich muss mal das nicht getrocknene Kackpratze. Oh, da ist ein Schwein da oben. Ja. Geht's up. Das war's. Ah! Ah! Die Hose ist zirkelnd. getroffene gegner lassen gold fallen die 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 da ist noch eine fackel hier brauchen wir sie aber nicht Ah! Oh nein. Oh nein. Warte mal. Hat voll viel... Alter. Voll viel Goldenes Zeugs gekriegt. Scheiße. Selbst die Armbrust müsste jetzt weichen. Beschlossen. Oh. Huch. Ups. Schubidubidubidubi. Schubidubidubi. 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 Ich brauche mehr Zeit. Stell dich genau vor den Buss. Du, Master. Welchen Boss? Ja, diese Special Feature. Mach's ja nie. Ach. Ach. Das ist deinem Abgeschmissen. Ist ja nicht so, dass wir's schon mal abgeschlossen haben, ne? Ja. Aber gibt ihm ja viel EP. Ja. So, noch einmal hier geradeaus. Dann haben wir wieder alles erkundet. Und dann können wir hier raus. So. Dann können wir uns... Ja, wir laufen jetzt einfach raus. Ja, wir laufen einfach raus. Und dann müssen wir nur nach oben latschen. Genau. Ich warte mal hier auf dich. Ja, ich habe gerade auf der Karte noch geguckt, wie weit es wäre, wenn wir uns in die Stadt porten würden. Verzeihung, wenn man jetzt gerade so ein ganz dickes Dotz gehört hat. Meine Tasse ist gegen das Mikro geklatscht. Entschuldigung. War nicht beabsichtigt. Bin ich richtig hier? Die, 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 die. Geld. Nichts wird liege gelassen. Asyl-loben. Da, Asyl-loben. Ja, ja. Vielleicht auf einem hässlichen Helm. Ja. Ich will den alten wieder haben. Kannst du ja einstellen. Jupp. Ach, sieht das ein Quäsch. Muss die Mude werden, oder ist schon wieder ein Quäsch? Ja. Ich hasse es. Überall sind Quäsch. Sir Cromwell. Das sieht nicht gut aus. Oh, das kennen wir aber auch schon. Er erwarte und lächle nach Blut. Nur ich konnte kommen. Das mit dem Beinhaus, das kennen wir schon. Ja. Wir wollen jetzt aber nach da oben. Ja. Da oben. Die versiegeln die Türe. Ja. Ja, 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 ich kann das gerade nicht. Ja, 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 ja. Warte, ich muss das runtergeben. Tschüss, ne? Ja, tschüssi. Mein Knie juckt. Es juckt. Na kurz, hab ich gerade. Nois. Ich möchte jetzt einen Gaul. Dann müssen wir wahrscheinlich die Main Story weitermachen. Ich weiß. Schweiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich will doch aber erst mal die Tür gucken tun. Auch wenn wir jemals hinkommen. Ja, jetzt, wenn wir hier gleich zurückbohrten, ne? So, noch irgendwas Interessantes? Ne. Ich muss erst mal die Steinchen rausholen hier aus meiner Armbrust. Ich muss erst mal die Tür gucken. Ich muss erst mal die Tür gucken. Aber nicht in der Tür gucken. So, jetzt bin ich wieder hübsch, jetzt habe ich meinen Helm wieder. Jetzt habe ich das für ein Symbol an der Kommode. Oh, ich kann sogar, ich kann sogar andere Farben auswählen für das Team. Cool. Goyle. Leerer Platz. Ach so, da kann ich meine Ausrüstungsspeinchen nehmen. Nein. Oh, ich kann mir hier ein bisschen was Grabsteine... Such den Shop auf, um neue Grabsteine zu entdecken. Ach, komm. Natürliche Farbe. Kleine Gunst. Große Gunst. Okay. Ich gehe schon mal wieder zurück. Ah, ne, warte, da unten ist ja der Heiler. Da kann ich mich mal voll healen. Wenn ich eh schon mal da... Oh, wir sind auch bei 31 Minuten. Irgendwie haben wir das Folgenende immer, wenn wir in der Stadt sind, habe ich so das Gefühl. Mhm. Mhm. Gut, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschaui. Tschaui. Tschaui.